Dann schauen wir mal, was Golfo für Franz kann. Ich hab mal ein bisschen Angst. Bei mir hängt's. Ja, bei mir macht's auch nichts. Hier steht Waiting for Players to Spawn. Ich weiß nicht, ob wir was drücken oder so. Ich bin die Players hier an der Seite. Oh, der Mac lädt. Oh, oh. Oh, ich's am Anfang, glaub ich. Jetzt? Nein, jeder darf gleichzeitig spielen, oder was? Der Ball ist zumindest unentschlossen, ob er jetzt deiner ist oder nicht. Bei mir läuft aber schon eine Zeit runter. Bei mir auch. Aber mir passiert nix, egal welche Tast mich drückt. Ah, ich kann mein Dings nach vorne ziehen. Und kann die Power bestimmen. Ah ja, stimmt. Oh, ich auch. Cool. Aber ich seh halt nicht meinen Schläger. Ja. Ah doch jetzt. Bam. Oh ne, das war daneben. Mit Linksklick. Die Maus mit Linksklick nach vorne. Ah. Ah. Nein. Ich hab ganz knapp verballt. Oh mein Gott. Oh mein goodness. Oh, das kann ja was machen. Ja. Ich hab's dann geschafft. Oh mein Gott. Was ist das? Aber wir müssen ja eine andere Farbe nehmen, sonst weiß ich nie welches ist. Oh mein Gott. Ich bin drinnen. Ich bin zu dumm dafür. Aber okay. Ja, jetzt muss ich ja nur nach rechts. Achso, ja. Das wäre natürlich auch ne Variante gewesen. Oh, ich hasse es. No pressure at all. No pressure at all. Yay. Ja, nice. Oh. Oh, ich muss meinen Text auch umändern, sehe ich gerade. Komm schon, komm schon. Jawoll. Jawoll, den ersten. Und läuft bei dem Marvin, läuft bei dem. Ja, ja, ja. Nein, meine ist abgekragt. Oh, die Fahne hat sich gehoben, weißt du. So, ah, ich bin gleich da und dann doch. Ja, komm, komm, komm. Ja. Wuhu. Oh, wir sind so gut. Oh. Oh, da ist ein Loch. Und durch das musst du es durch, oder was? Oh. Aber eben nicht. Reinbar nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ich bleib das davor lieben. Jawoll. Achso, ihr seid noch auf der Lane. Oh, sorry. Wir sind ja nicht so Pros. Hä? Ähm. Double Boogie. Hm. What the heck? What? Eigentlich kann ich die Tastatur ja loslassen, ne? Ja, ich spiele auch noch mit der Maus. Die Frage, man kann sich auch irgendwo umgucken. Ach nee. Aber ich weiß nicht mehr wie. Was, man kann sich umgucken? Ja. Wir haben jetzt rechte Maustasche gedrückt. Nein, 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 nein. Ah, nee. Funktioniert auch ohne. Umgucken kannst du dich, wenn du einfach nur die Maus bewegst. Oh, Mann, der scheiß Bretter. Oh, shit. Wir sind ja nicht beim richtigen Golf. Ja, ich weiß das auch. Entschuldigung. Machtfehler. Oh, nein. Das war zu wenig. So ein Lappen. Einfach schlecht. Und, 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 und. Jawoll. Nein. So Karrie ist schon nicht so weit. Guck mal, ob es irgendwelche Tasten gibt zum Bewegen. Gibt das sowas? Nein. Oh, guck mal, es gibt doch Sound. Vielleicht gibt's das. Ja. Also ich kann den Musikregler hochdrehen, aber es passiert halt nichts. Eigentlich gibt's noch nichts. Oh, jetzt hab ich's aufgehangen. Oh. Ah, doch. Bisschen Musik gibt's. Ah, jetzt, ja. Oh, schön. Bok, bok. Entschuldigung. Nein! Ich geh da raus! Nice. Ah, die Zeit oben, das ist schon echt eng teilweise mit den zwei Minuten am Städtchen anstrengend. Gar nicht drauf geachtet. Oh, man. So, echt. Baby. Nein! Was müssen da die Bahnen auf einmal zu Ende? Ach, genau. Es ist so süß, wie du dich aufregst. Ach, verdammt. Ah, das ist schon so süß. Du bist so süß. Ich hab's gegen das hinter der Brett geschossen. Oh, Mann. Oh, Mann. Und dann legt er wieder raus. Ja, Mann! Drinnen. Was? Nein! Oh, nicht schon wieder. Und tschüss. Das ist nicht schon wieder. Jetzt kommt. Es ist kein Arschloch. Soll ich kein Otto. Danke. Was war denn das? Einfach 26 bis jetzt. Ihr seid eigentlich Kevin 14 und nicht 19. Das kann gar nicht sein. Ja. Aber schon. Deine Cheater. Ja genau. Ihr habt bis zu den Treppen geschossen. Bis zu den Treppen. Ach genau. Unfähig. Ist bei dir da nicht so eine Hilfe dabei Sarah. Hilfe? Ja so ein Pfeil oder so ein Strich. Ja der Strich schon ja. Aber. Wenn man halt doof ist ist man doof. Weißt du was. Da hilft auch ein Strich nicht. Hä? Ah. Ist doof weil die Zeit läuft. Nein. Nein nein. Toll wir kommen jetzt da wieder hoch. Achso. Achso. Ja okay. Ah fuck. Ja. Wie kommst da hoch? Rampe. Welche Rampe? Die direkt. Ach die Rampe. Ja. Einmal schneller wie ihr. Einmal schneller wie ihr. Nein. Fliegt da da raus. Okay. Da ist der größte Rennfahrer. Ahhh. Hele. Ach nö. Ach ich hasse es. Ich weiß zwei Lächer. Ja nice. Bin schon durch. Ich bin in das richtige Loch rein, wie du das andere hier Na, na, na Ey, wo ist es da? Boah, alter, fuck Da muss ich ja mitgehen mit dem Ding Ja, dass sich das Teil mitnimmt oder so Komm schon, nimm mich mit, genau Nimm mich mit Wer hat noch nicht, wer will noch mal Na, 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 na Ach komm, du Ach man Kann ich eigentlich dich auch wegschießen? Das haben wir vorhin auch überlegt, aber ich wollte es uns nicht drauf ankommen lassen So, oh, Kameraforschung gehalten Nein Das Ziel ist schon, da richtig Punkte zu sammeln, oder? Nicht wirklich Nee Das hätt ich leider sagen sollen Boah, das kann man mit einem Ding schaffen, über die Rampe Boah, das probiere ich jetzt Ja, ich weiß Aber ich habe es nicht geschafft Nein, zu langsam Ach so, du meinst, du bist drübergekickt Halb, ja Okay So Bamm Ah, knapp Die Musik ist voll beruhigend, die mache ich ein bisschen lauter Nein Ich wollte gerade sagen, du machst eine Wissenschaft draus und dann sowas Nein Was ist denn jetzt passiert, der war doch drin Nee, nee Nee, nee Okay Sorry My bad Na, bin ja noch gut im Lied Ja, aber nicht mehr so viel, ne Oha Ja, genau Ja, genau Unter dir zurück Bum Oh Oh, jetzt kann ich noch eine extra Runde drehen Oh, Sarah, komm, wir drehen eine extra Runde Ach so, ah, okay, cool Lass bei uns Nein, zu langsam Ah, Kevin dreht auch eine extra Runde Nein, zu langsam Warum kick ich den hin? Oh, Mann Oh, nein Oh, nein Verdammt Ui Nein Nein Wir gehen da raus Ne, okay, wir fahren durcheinander durch Hätten wir das auch geklärt 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 Ah, Kevin dreht nochmal eine Runde Hehehe Hehehe Wird's voll drauf Wird's voll drauf Wird's voll drauf Nein Voll drauf Voll und Lotte, du musst da rüberkommen Das ist das Gegenteil von dem, was du gerade getan hast Nein Nein Ich hab gehofft, dass er drüber schießt Gekliep zu böse Hehehe Hehehe Keep focus Keep focus Oh, muss man da rüber, oder? Hehehe rechts links geradeaus man weiß es nicht ja das wäre der one shot gewesen ja bei mir auch hat ihn zwei ach du scheiße muss man eins treffen oder was keine ahnung der ball lüft wahrscheinlich durch die gegend das brauchst du nicht probieren ist das eine riesen map nein springt er da drüber ich bin am anfang so schlecht aber jetzt wenn ich das noch bis gleich noch lebst da wenn ich da pech habe aber was machen denn die dinger ist kein so ein jump pad oder so was ja das sind beide rücken schon aber was das soll weiß hat keiner das war ja elegant hier gibt es wieder mehrere löcher geil also entscheidung nein geht weg jetzt auch zu wollen oder? Oh Gott. Nein! Hätte ich mal die Fresse gehalten. Von wegen können. Nein! Nicht in das Loch! Nein! Oh nein! Nein! Oh Mann! Über das falsche Scheißloch rein. Nein! 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 Oh, okay. Das war wieder knapp. Das ist ein lustiges Spiel. Jetzt noch Sarah zugucken. Toll. Mit ihren 10 Versuchen. Weil sie den Hügel nicht hochgekommen ist, die Dominos. Ey, der war doch nur draußen. Ich geh gleich wieder draußen. Ich geh gleich wieder draußen. Ich hab grad schon genug Klavier damit. Boah, what the fuck. Boah, das kannst du in einem Zug schaffen. Ich zeig dir wie das geht. So geht's nicht. Ich zeig dir wie das geht. Nein! Das ist einfach so wie Sarah gemacht. Nein! Verdammt. Ja! Ich bin drinnen! 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 Das gewinnt Kevin immer! Ja! Drecksspiel, was soll das? Oh, motherfucker! Oh, ja! Ich will meine 6 Euro zurück! Kann man das nie nach einer Stunde zurückgeben? Ich glaub nicht, nein! Oh nein! Ähh, wo zur Hölle? Hier! Da muss man ein bisschen den andrehen. Ach nein! Ach komm, das ist ein bisschen. Boom! WTF? Habt ihr schon? Ja komm, Alter, wird die Baby! Nein, 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 nein! Das Schild von dem Loch ist einfach schon am liegen. Habt ihr auch gesagt, nee, kein Bock mehr. Och Mann. Jawohl, aber jetzt. Jetzt aber. Boom! Boom! Sehr schön. Jawohl! Ich hab Sarah noch eingeholt. Das ist jetzt das letzte Loch. Die Spannung steigt. Oh mein Gott. Was ist das? Ich weiß noch nicht mehr, wo wir hin müssen. Wo ist das Fähnchen? Also ich bin hier beim Fähnchen. Ah. Ja genau, jetzt ist er schon wieder beim Fähnchen. Ich meine, what the fuck? Okay, so nicht. Hä? Hä? Ach ja, das Holz jetzt klaut das... Oh Mann. Das Holz bringt mich hier zu meinen Sieg hier. Oh. Oh, schön. Und drinnen. Huh. Oh Mann. Oh Mann. Ja genau, auch Marvin. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Geh los an. Ich kann nichts machen. Ja geil, guck mal wo jetzt der am Ball liegt. Oh Mann. It's all about Timing. Wo willst du hin? Oh, jetzt wird's aber eng. Ich pinkel mir gleich in die Hose. Jawohl. 63. Da werden die meisten Punkte. Ich bin gleich wieder da, aber ich muss es echt pinkeln.